Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, am 12. Januar stürmt der Mars nach zweieinhalb Monaten Rückläufigkeit endlich wieder nach vorn. Auch Ideengeber Uranus läuft wieder direkt und die wilde Lilith wechselt in den sinnlichen und feurigen Löwen. Es ist also eine Menge los im Kosmos und wie sich das für die zwölf Sternzeichen auswirkt, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für die zwölf Sternzeichen im Januar. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop bzw. im Podcast in den Shownotes. Im Januar bringt der Kosmos frischen Wind ins Horoskop. Gleich drei Planeten beenden ihre Rückläufigkeit und gehen wieder direkt. Außerdem wechselt Lilith das Zeichen. Das ist auch immer eine neue und aufregende Energie. Das alles schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich aber noch ein Geschenk und ein Gewinnspiel für euch. Dieses Video erscheint ja noch kurz vor Weihnachten und Silvester. Deshalb schenke ich euch zum Jahreswechsel nochmal 30 Prozent Rabatt auf die schriftliche Jahresvorschau als PDF. Wenn ihr sie noch nicht habt, schlagt schnell zu. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In der individuellen Jahresvorschau erfahrt ihr eure Transite in der Liebe und im Beruf und außerdem eure persönliche und spirituelle Motivation auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Könnt ihr natürlich auch kurzfristig noch zu Weihnachten verschenken. Alle Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Gleich schauen wir in die Sterne für den Januar und damit ihr kein weiteres Video verpasst und immer gut informiert seid, denkt bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert unbedingt auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen. Für alle meine treuen Abonnentinnen und Abonnenten gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Zu Ehren von Mars, der jetzt in den Vorwärtsgang geht, verlose ich diesmal die schriftliche Marsanalyse als PDF mit dem Text zur 90-Sekunden-Regel und euren Marstransiten für die kommenden sieben Monate. Näheres dazu findet ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Jetzt schauen wir in die Sterne für den Januar und das wichtigste Ereignis ist, dass der Mars nach zweieinhalb nervigen Monaten der Rückläufigkeit nun wieder in den Vorwärtsgang geht. Und zwar am 12. Januar. Hier im Bild steht er aber auch stellvertretend für zwei weitere Planeten, die ebenfalls wieder direktläufig werden, nämlich Denkplanet Merkur am 18. und Ideengeber Uranus am 22. Januar. Deshalb wäre mein Tipp, den Monat ruhig angehen lassen, aber ab Mitte Januar anschnallen, denn dann kann die Post abgehen. Vorher haben wir aber noch einen sehr emotionalen Vollmond im Zeichen Krebs. Der findet am Samstag, den 7. Januar um 0.07 Uhr statt und zwar in direkter Verbindung zum rückläufigen Merkur. Eingebunden sind außerdem der mystische Pluto und die wilde Lilith. Für alle, die spirituell und magisch arbeiten, ist das eine großartige Konstellation für Rituale und Zeremonien. Im praktischen Leben kann die Konstellation allerdings hoch emotional wirken. Sie steht in Spannung zu Chiron, dem verwundeten Heiler und so können alte Verletzungen hochkommen und mit ihnen die entsprechenden Gefühle. Mein Tipp wäre, Problemdiskussionen zu vermeiden, aber verständnisvoll zu sein, wenn man tatsächlich beim anderen Gefühle auslöst. Also seid lieb zueinander. Und auf der praktischen Ebene ist es sicher am besten, wenn wir uns an dem Wochenende mit dem Vollmond entspannen und nichts zu kompliziertes vornehmen. Das Gute an diesem Vollmond ist, dass er günstig zu Uranus steht. Das heißt, mit Humor und guten Ideen kann man vieles ausgleichen. Ebenfalls erfreulich ist, dass die Liebesplaneten Venus und Mars zu Vollmond und in der Woche danach eine lustvolle Verbindung eingehen. Wer sich zu Vollmond streitet, sollte sich auf keinen Fall in die Schmollecke zurückziehen, sondern anschließend wieder auf den Partner oder die Partnerin zugehen. Da bietet sich auch schon mal eine Versöhnung im Bett an, denn die Liebesplaneten machen Lust. Und auch Lilith ist daran nicht ganz unbeteiligt, denn die wilde Göttin beginnt am 8. Januar ihren neuen Transit durch das Zeichen des sinnlichen und feurigen Löwen. Neun Monate wird sie sich im Palast des Sonnenkönigs aufhalten. Das dürfte eine Welle der Kreativität und Leidenschaft und des künstlerischen Ausdrucks in Gang setzen. Im Sommer gesellen sich dann auch noch Venus und Mars im Löwen dazu. Deswegen glaube ich, es wird ein Sommer der Liebe und der Leidenschaft. Aber kommen wir noch mal zurück zum Januar. Da wird es nämlich in der zweiten Monatshälfte noch mal richtig spannend. Am 12. Januar spätabends wird der Mars wieder direktläufig und das bedeutet, er entfaltet in den vier Tagen vorher und nachher besondere Kräfte. Glücklicherweise befindet er sich weiterhin im Harmonieaspekt zur Venus und die kann ihn ein bisschen zähmen. Das heißt, diese besonderen Marskräfte dürften sich konstruktiv zeigen, uns Schwung bei unseren Vorhaben verleihen, unsere Freundschaften beleben und sich in der Liebe natürlich auch lustvoll auswirken. Nur von Missverständnissen müssen wir uns noch ein bisschen hüten, aber das bessert sich dann auch bald. Am 18. Januar wird nämlich Denkplanet Merkur wieder direktläufig. Er verbindet sich dann mit Ideengeber Uranus, der am 22. Januar nach rund sechs Monaten wieder in den Vorwärtsgang geht. Dadurch werden unsere Mentalkräfte angeregt und die hochenergetischen und geistigen Energien des Uranus sind in der zweiten Monatshälfte besonders stark. Die Sonne wechselt dieses Jahr am 20. Januar um 9.29 Uhr in den Wassermann. Dabei verbindet sie sich mit Transformator Pluto. Ich denke, das wird allen Konstellationen in diesen Tagen nochmal einen besonderen Schub verleihen. Wir werden bis Monatsende viele konstruktive Macheraspekte bekommen und die Dinge beschleunigen sich rasant. Trotzdem müssen wir überlegt vorgehen und dürfen nicht in Extreme verfallen, sonst kann es auch chaotisch werden. Es ist dann sehr wichtig, dass die Menschen in Verbindung bleiben und Dinge gemeinsam entscheiden. Der erste Neumond des Jahres erwartet uns dann am 21. Januar im Wassermann. Dieser Neumond bündelt all die innovativen Aufbruchskräfte, die entstehen, wenn Mars, Merkur und Uranus wieder direktläufig werden. Danach haben wir tatsächlich keinen einzigen rückläufigen Planeten mehr am Himmel. In diesem Neumond stecken also enorme kosmische Energien für einen Aufbruch und Durchbruch. Das schauen wir uns aber in den nächsten Livestreams noch genauer an. Wie sich der Neumond im persönlichen Erleben auswirkt und Vorschläge für die Neumond-Meditation erfahrt ihr gleich in euren jeweiligen Sternzeichenhoroskopen. Am 27. Januar ist noch ein wichtiger Übergang, dann geht nämlich die Venus ins Zeichen der sanften Fische und steht dort für drei Wochen besonders schön und liebevoll. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Januar. Mehr zum Gewinnspiel, Neuigkeiten und den nächsten Livestream-Termin erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Service-Teil. Jetzt kann es losgehen mit euren Sternzeichenhoroskopen. Schaut ruhig auch in das Zeichen eures Aszendenten, wenn ihr es kennt. Auch darin findet ihr bestimmt wichtige Infos für euch. Und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Was die Liebe und eure Sozialkontakte angeht, könnt ihr euch auf einen guten Start ins neue Jahr freuen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich aber noch ein Rabattgeschenk für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30% Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen, das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Januar. Ihr startet mit Glücksplanet Jupiter in eurem Zeichen. Das hilft sehr, an die Zukunft zu glauben und trotz möglicher Widrigkeiten optimistische Pläne zu machen. Vom 3. bis zum 26. Januar erwartet euch ein Highlight mit der Venus im Wassermann. Und das ist nicht nur gut für die Liebe, sondern kann euch auch beruflich nach vorne bringen. Während dieser Zeit solltet ihr eure freundschaftlichen Kontakte und euer berufliches Netzwerk pflegen. Ihr habt gute Ideen und könnt andere damit begeistern. Daraus kann für die Singles ein schöner neuer Flirt entstehen. Wenn ihr fest liiert seid, habt ihr nun Spaß daran, euch mit euren gemeinsamen Freundinnen und Freunden zu treffen. Dabei kann es auch mal um praktische Dinge gehen, zum Beispiel, wie ihr euch in einer schwierigen Lage gegenseitig unterstützen könnt. Nachbarschaftshilfe steht dann hoch im Kurs. Spannend für die Liebe und eure kreative Inspiration ist auch der neue Transit von Lilith, die am 8. Januar in den Löwen wechselt. Die wilde Göttin regt dann bis Anfang Oktober euer fünftes Haus der Lebensfreude und auch der prickelnden Affären an. Eure instinktiven Kräfte sind geweckt und ihr habt Freude daran, kreativ zu sein und euren Körper in der Liebe und Erotik zu spüren. Wenn ihr Single seid, lasst ihr euch durch ungewöhnliche Liebschaften berühren. Bis Anfang April wirkt dieser Einfluss vor allem auf die Märzwidder. Beruflich kann der rückläufige Merkur noch bis zum 18. Januar ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Das heißt, Aussagen und Versprechungen von Vorgesetzten dürft ihr nicht blind vertrauen und auch bei schriftlichen Vereinbarungen solltet ihr prüfen, ob sich jemand nicht noch ein Hintertürchen offen gelassen hat. Macht euch außerdem Notizen über alle Gespräche, die ihr mit euren Vorgesetzten führt. Der Vollmond am 7. Januar aktiviert diese Energien und vielleicht könnt ihr euch Zeit nehmen, in einer Meditation um Erkenntnisse und Eingebungen zu bitten, wie ihr eure berufliche Position festigen könnt. Davon abgesehen sind eure beruflichen Tendenzen durchaus erfolgreich und euer Einsatz kann sich auch finanziell lohnen. Erfreulich ist, dass der Mars am 12. Januar wieder direktläufig wird und das kann auch Merkurs Rückläufigkeit ausgleichen. Jedenfalls wird der Monat danach immer schwungvoller. Nur zwischen dem 13. und 16. Januar solltet ihr nicht unbedingt spekulieren oder finanzielle Risiken eingehen. Tipp der Sterne, falls ihr einen neuen Job sucht, schickt eure Bewerbung am besten am 20. Januar los und zwar nach 9.29 Uhr. Denn dann tritt die Sonne in den Wassermann ein und steht dann für vier Wochen im günstigen Freundschaftsaspekt zu euch. Und verstärkt wird das durch den Neumond im Wassermann am 21. Januar. Die Konstellationen aktivieren dann für vier Wochen eure Freundschaften, beruflichen Beziehungen und ganz generell euer soziales Netzwerk. Da könnte sich eine Neumond-Meditation lohnen, zum Beispiel darüber, mit welchen interessanten Menschen ihr gern gemeinsame Projekte verwirklichen würdet. Nun sind auch eure beruflichen Erfolgsaussichten bis zum Monatsende sehr gut und euer Einsatz kann sich finanziell auszahlen. Der Monat klingt aus mit superschönen Aspekten für eure Kraft und Vitalität. Genießt es! Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten! In eurem Horoskop ist eine Menge los und wahrscheinlich startet ihr mit vielen Aktivitäten ins neue Jahr. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30% Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen, das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung beziehungsweise im Podcast in den Shownotes. Viele von euch würden sich wahrscheinlich gerne ganz easy in das neue Jahr hineingleiten lassen, aber es sieht eher nach diversen Aktivitäten aus. Falls ihr einen Winterurlaub plant, steht dort der rückläufige Merkur, rechnet also damit, dass nicht alles nach Plan läuft und nehmt euch ein bisschen mehr Zeit für alles. Spaß werdet ihr trotzdem haben. Wenn ihr gleich wieder an die Arbeit geht, hilft euch die Venus dabei, einen guten Eindruck zu machen und eure Vorschläge stoßen auf Resonanz. Finanzielle Verhandlungen scheinen gut anzulaufen. Auch sonst habt ihr fabelhafte innovative Ideen und die solltet ihr gleich notieren, damit ihr sie nicht vergesst. Wartet aber möglichst noch, bevor ihr etwas unterschreibt. Am 12. Januar wird nämlich der Mars wieder direktläufig und zwar bei euch im Geldhaus und am 18. dann auch der Merkur. Dann gibt's grünes Licht für Verträge. Danach werdet ihr leichter Gelder bekommen, die euch zustehen oder verzögerte Auszahlungen landen endlich auf eurem Konto. Und falls ihr Außenstände habt, schreibt nun Zahlungserinnerungen. Für die Liebe solltet ihr euch ein bisschen Zeit nehmen. Kann es sein, dass euer Schatz etwas mehr Aufmerksamkeit braucht? Dann schenkt ihm die spätestens zum Vollmond in der Nacht zum 7. Januar, denn sonst könnte er sich zurückgesetzt fühlen. Der Vollmond fällt in den Krebs und macht die Menschen empfindlich. Zu eurer Stiersonne steht er günstig und das wäre ein Grund, lieben Menschen eine Schulter zum Anlehnen anzubieten. Am 8. Januar beginnt der für euch sehr wichtige Transit von Lilith durch das Zeichen Löwe. Für die kommenden neun Monate werden euch Frauen im familiären Bereich herausfordern. Zum Beispiel Töchter oder Mitbewohnerinnen oder es wird anstrengend, sich mit der Vermieterin zu einigen. Denn diese Menschen haben ihren eigenen Kopf und sind nicht unbedingt kompromissbereit. Und ihr Stiere seid ja auch recht stur. Da gibt's wahrscheinlich hier und da Reibereien. Falls euch Frauen provozieren, dann denkt auch mal darüber nach, was machen diese Frauen, was ich eigentlich selbst gern täte, mich aber nicht traue oder nicht durchziehe, weil ich zu bequem bin oder zu angepasst. Der Sinn dieses Lilith-Transits ist, euch stärker in Kontakt mit euren authentischen Gefühlen und Instinkten zu bringen. Bis Anfang April spüren das besonders die Aprilstiere. Ihr könnt mir ja gerne mal zurückmelden, ob ihr schon was von Liliths Energie merkt. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann, gefolgt vom Neumond am 21. Januar und beides aktiviert für die kommenden vier Wochen euren Karrierebereich. Die Neumond-Meditation ist deswegen bestens geeignet, um Pläne für euer berufliches und gesellschaftliches Fortkommen zu machen. Manche von euch sind wohl auch nicht ganz zufrieden mit ihrer beruflichen Situation und denken über Veränderungen nach. Dann wäre dieser Neumond auch perfekt, um gegebenenfalls einen Richtungswechsel in Angriff zu nehmen. Denn ihr werdet unterstützt von Uranus, der nach sechs Monaten Rückläufigkeit bei euch im Stierzeichen ab dem 22. Januar wieder direkt läuft. Zusätzlich hilft euch der Kosmos zwischen Neumond und Monatsende mit stärkenden Finanzaspekten. In der Liebe beginnt am 27. Januar ein Highlight bis zum 20. Februar. Und obwohl ihr beruflich viel zu tun habt, bleibt dann Zeit für Zärtlichkeit. Diese Phase ist auch sehr schön, um Freundschaften zu pflegen. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Im Januar endet die Rückläufigkeit von Kampfplanet Mars in den Zwillingen und das bringt euch kosmische Leichtigkeit. Bevor wir das und alles Weitere näher anschauen, habe ich noch einen Tipp für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30 Prozent Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Seit Ende August 2022 befindet sich Kampfplanet Mars in eurem Zeichen in den Zwillingen und seit Ende Oktober ist er rückläufig. In den letzten beiden Monaten ging vieles langsamer, schwieriger und ihr wurdet vor ungewohnte Herausforderungen gestellt, sowohl gesundheitlich als auch in eurem Alltag. Doch die anstrengende Phase neigt sich nun dem Ende zu, denn ab dem 12. Januar wechselt Mars in die Direktläufigkeit und versorgt euch flinke Luftzeichen mit Antrieb und Energie. Und nicht nur das, dabei verbindet er sich leidenschaftlich mit der Venus. Vielleicht startet ihr ja frisch verliebt ins neue Jahr. Die Singles unter euch haben nun den Mut, auf andere zuzugehen. Wenn ihr fest liiert seid, macht ihr euch unter dem Einfluss vom rückläufigen Merkur vielleicht tiefschürfende Gedanken über eure bestehende Partnerschaft oder reflektiert gemeinsam über Vergangenes. Oder ihr sinniert darüber, was ihr euch von einer tiefgehenden Beziehung wirklich wünscht. Dieses Thema wird auch vom ersten Vollmond des Jahres im sensiblen Krebs beleuchtet. Die Konstellation aktiviert die Werteachse in eurem Horoskop und damit stellt sich euch vielleicht die Frage, was euch im Leben wirklich wichtig ist. Welche Wertvorstellungen habt ihr von eurer Familie und euren Ahnen übernommen und was ist euch dabei dienlich? Welche gemeinsamen Werte sind euch in Beziehungen wichtig? Das sind gute Fragen für eine Vollmond-Meditation am 7. Januar. Am Tag nach dem Vollmond wechselt Schamanin Lilith in euer drittes Haus des Wissens und der Kommunikation. Hier wird sie bis Oktober bleiben und euch mit Frauen in Verbindung bringen, die euch anregen, inspirieren und vielleicht auch provozieren. Auf jeden Fall wird es spannend und vielleicht entsteht dabei auch die eine oder andere neue Freundschaft. Außerdem unterstützt euch Jupiter dabei, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden etwas Neues zu lernen. Das alles fördert eure spontane und offene Seite und ihr könnt eure natürliche Neugier ausleben. Ab Mitte Januar fühlt sich das Leben immer leichter an. Beruflich könnte in den letzten Wochen einiges ins Stocken geraten sein, aber dann kommt wieder Schwung in eure Arbeit und eure Projekte. Am 12. Januar wird der Mars direktläufig, am 18. dann auch der Merkur und schließlich geht die Sonne am 20. Januar in den Wassermann und schenkt euch dann für vier Wochen stärkende und belebende Energien. Wahrscheinlich fühlt sich das für euch so an, als würden sich gleich mehrere innere Knoten lösen. So schön die Phasen der Innenschau auch sind, es ist doch befreiend, wenn ihr wieder vorwärts schauen und die Welt mit eurem sprühenden Witz und euren schlauen Gedanken erfüllen könnt. Der erste Neumond des Jahres am 21. Januar aktiviert euren Lebensbereich der Reisen und der Horizonterweiterung. Zu welchen Orten fühlt ihr euch hingezogen? Oder gibt es ein spezielles Themengebiet, das ihr gern erkunden möchtet? Lasst euch in einer Neumond-Meditation zu neuen Abenteuern inspirieren. Am 27. Januar wechselt Liebesgöttin Venus in das Zeichen Fische und wandert dann für drei Wochen durch euer Karrierehaus. Mit ihrer Hilfe könnt ihr euch und eure Leistungen im besten Licht darstellen. Auch Flirts im beruflichen Umfeld können sich dann ergeben, aber geht damit erstmal ganz feinfühlig und diplomatisch um. Da könnte auch viel Fantasie und Wunschdenken im Spiel sein. Die Venus trifft nämlich im Februar auf vernebler Neptun und da können schnell Gerüchte entstehen. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr wundervollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der lange Transit der wilden Schamanin Lilith endet mit einem großen kosmischen Finale in eurem Zeichen. Bevor wir das und die anderen Tendenzen genauer anschauen, habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30% Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Das Jahr beginnt für euch mit viel Energie in eurem Partnerhaus und der Kosmos aktiviert hier noch bis zum 20. Januar den Bereich eurer Seelenverwandtschaften und eurer Beziehungen. Wenn sich eine alte Liebe oder ein alter Freund, von dem ihr schon lange nichts mehr gehört habt, plötzlich mit Neujahrsgrüßen bei euch meldet, könnte das an Kommunikationsplanet Merkur liegen, der noch bis zum 18. Januar in eurem Partnerzeichen rückläufig ist. Vielleicht gibt es hier noch ein nicht gelöstes oder unvollständiges Thema. Besonders achtsam solltet ihr mit euch selbst und euren Liebsten sein, denn gleich im Januar, genau genommen am 7. um 0.07 Uhr, erlebt ihr den für euch wichtigsten Vollmond des Jahres in eurem Zeichen Krebs. Die schwarze Mondin Lilith wird euch dann am Ende ihres Transits durch euer Zeichen noch einmal fragen, ob ihr eure Wahrheit lebt und authentisch für euch selbst einsteht. Vielleicht drängt sie euch auch zu einer Entscheidung, aber die solltet ihr nicht überstürzen, sondern damit am besten bis Anfang Februar warten. Beruflich stehen die Sterne zum Jahresbeginn sehr günstig für euch, denn Unterstützer Jupiter steht nun im Widder und aktiviert hier den Bereich eures Berufs und der Berufung. Ihr könnt viel für eure Karriere bewegen und habt kosmischen Rückenwind, der euch bis Mai dabei unterstützt, auch völlig neue Wege zu gehen. Risiken fallen euch nun leichter und ihr traut euch mehr zu als sonst. Vielleicht gibt es auch ein Projekt in Richtung Selbstständigkeit, was euch schon länger im Kopf herum geht. Dann wären die ersten Monate des Jahres ideal, um so ein Unterfangen zu beginnen. Auch eine Beförderung könnte anstehen, aber egal worum es geht, traut euch und seid optimistisch, die Sterne stärken euch den Rücken. Bevor die Sonne am 20. Januar in das Zeichen Wassermann wechselt, ändern sich die Energien deutlich. Zuerst werden Powerplaneten Mars am 12. Januar und dann Schnelldenker Merkur am 18. Januar wieder direktläufig und eure Beziehungen werden von dieser Wendung total profitieren. Ihr fühlt euch deutlich wohler in eurer Haut und die Kommunikation ist wieder freier und einfacher. Eure Gedanken werden wieder klarer und falls eure Gefühle in letzter Zeit zu sehr in Aufruhr waren, kommt nun wieder mehr Ruhe hinein. Eure Emotionen haben sich vielleicht auch von Grund auf neu sortiert und überraschen euch selbst. Am 21. Januar haben wir den ersten Neumond des Jahres im Wassermann. Hier könnt ihr wunderbar den Samen legen für kommende Aktivitäten. Die Wassermann-Energie aktiviert bei euch den Bereich der inneren Transformation. Manchmal muss man Menschen, Gewohnheiten oder auch Dinge liebevoll verabschieden, um Platz für Neues zu schaffen. Verbindet euch in der Neumond-Meditation mit euren Gefühlen. Sie zeigen euch, was in die Transformation gehen darf. Lasst alles los, was euch nicht mehr dient und überlasst euch liebevoll dem Strom der Veränderung. Zum Ende des Monats wechselt Liebesgöttin Venus in das Zeichen Fische und wird euch dann mit wunderbar romantischen und verträumten Impulsen versorgen. Hier wird für drei Wochen eure Reiselust und auch die Sehnsucht nach exotischen Abenteuern beleuchtet. Vielleicht plant ihr schon mal euren Jahresurlaub mit einer Reise an einen exotischen und paradiesischen Ort. Als Wasserzeichen könnt ihr euch am Meer besonders gut mit eurem Element verbinden und euch so energetisch aufladen. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Eine aufregende Zeit steht euch bevor, denn die wilde Göttin Lilith begibt sich im neuen Jahr in euer Zeichen und wird dort bis zum Herbst verweilen. Gleich schauen wir uns das näher an, doch vorher habe ich noch ein Rabatt geschenkt für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30% Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Ihr startet ins neue Jahr mit viel Energie für eure beruflichen Projekte und ihr seid sehr fokussiert auf eure Ziele. Vielleicht konntet ihr eine Weihnachtspause einlegen und jetzt geht es mit frischem Kopf und aufgeladenen Batterien ans Werk. Unterstützung bekommt ihr dabei von Wohltäter Jupiter, der bis Mai günstig für euch steht und euch zu Reisen oder Weiterbildungen anregt. Aus kosmischer Sicht ist es ein sehr guter Zeitpunkt, um euren Horizont zu erweitern. Investiert in euch selbst, um eure Fähigkeiten weiterzuentwickeln, aufzufrischen oder auch um etwas komplett Neues zu lernen. Ihr könntet mit einer tollen Idee auffallen und damit vielleicht einem schwierigen Projekt den nötigen Schub verleihen. Am 7. Januar findet der Vollmond in eurem Nachbarzeichen Krebs statt und aktiviert den Bereich der Spiritualität und der Fantasie. Der Tag ist sehr gut dafür geeignet, um mit dem alten Jahr abzuschließen und loszulassen. Denkerplanet Merkur ist noch rückläufig und in den Vollmond stark eingebunden, was euch dabei helfen könnte, Vergangenes aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und euren Frieden damit zu machen. Die Energie ist dank Mystiker Pluto und Schamanin Lilith sehr magisch. Falls ihr spirituell arbeitet, ergeben sich hier tolle Möglichkeiten für euch. Am 8. Januar wechselt dann Lilith, die schwarze Mondin, in euer Zeichen und wird dort bis Anfang Oktober bleiben. Das ist einer der wichtigsten Transite für euer Jahr und ihr werdet spüren, wie sich eure Sonne oder euer Aszendent mit der Kraft der wilden Göttin verbindet. Lilith wird euch dabei helfen, eure innere Stimme deutlicher wahrzunehmen. Sie wird euch auffordern, authentischer zu eurem wahren Selbst zu stehen. Habt den Mut, eurer inneren Stimme zu vertrauen und mehr Selbstliebe zu entwickeln. Weil sich Liebesgöttin Venus im Januar in eurem Partnerhaus aufhält und auch der magische Pluto eng mit eingebunden ist, könnte der kalte Januar für euch heiße Stunden beinhalten. Liierte Löwen nutzen den Jahresbeginn, um es sich mit dem Herzensmenschen gemütlich zu machen und knisternde Stunden voller Leidenschaft zu erleben, die vielleicht auch neue Dimensionen von Tiefe beinhalten. Wer auf der Suche nach einer neuen Liebe sein sollte, der hat den ganzen Monat über kosmische Unterstützung durch Liebesgöttin Venus im Partnerhaus. Am 12. Januar wird erst unser innerer Krieger Mars wieder direktläufig und am 18. folgt dann auch Kommunikationsplanet Merkur. In eurem Freundeskreis und mit euren Kollegen fühlt ihr euch dann wieder richtig wohl und Missverständnisse habt ihr schnell vergessen. Am 20. Januar wechselt dann die Sonne in euer gegenüberliegendes Zeichen Wassermann. Einen Tag später haben wir dann an gleicher Stelle den ersten Neumond des neuen Jahres und der Bereich von Partnerschaften und Seelenverwandten wird für vier Wochen in eurem Horoskop aktiviert. Wenn ihr in einer Neumond-Meditation eure bestehenden Beziehungen festigen oder neue Seelengefährten in euer Leben ziehen wollt, ist die Energie dafür sehr geeignet, ebenso um eure Selbstliebe zu fördern. Seht den Neumond als besten Zeitpunkt, um den Samen für das ganze Jahr zu pflanzen. Der schwierige Jahresbeginn löst sich zum Monatsende auf. Eure Tendenzen werden nun auch in finanzieller Hinsicht deutlich besser. Alle Planeten sind dann wieder direktläufig und der Kosmos unterstützt euch durch tolle Kontakte, die euch sowohl privat als auch beruflich weiterbringen. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Jungfrauen und Jungfrau-Auszendenten. Der Januar beschenkt euch mit kosmischer Leichtigkeit und Herzensenergie. Doch bevor wir uns das näher anschauen, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30% Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung beziehungsweise im Podcast in den Shownotes. Zu Beginn des neuen Jahres beleuchten die Sterne bei euch den Bereich der Aktivität, Lebensfreude und Kreativität. Wenn ihr ein paar Wintertage mit euren Kindern oder Liebsten in der Natur verbringen könnt oder Zeit habt, euch einer künstlerischen Aktivität zu widmen, verbindet ihr euch dabei auch mit euch selbst. Beruflich geht's gerade noch etwas schwerfällig, aber wenn ihr Glück habt, seid ihr noch im Winterurlaub und könnt die Energie genießen. Einen kürzeren Draht zu euren Ahnen und eurer spirituellen Seite bringt euch die wilde Göttin Lilith, die am 8. Januar in euer Haus der Fantasie und Spiritualität wechselt. Hier wird sie in den kommenden neun Monaten eure Verbindung zum Universum stärken und euch noch intuitiver machen. Sie steht euch dann als eine Art innerer Schamanin zur Verfügung. Achtet auf eure Träume, dabei hilft ein Traumtagebuch. Der erste Vollmond des Jahres im sensiblen Zeichen Krebs am 7. Januar aktiviert euren Bereich der Freundschaften und des sozialen Umfelds. Weil der rückläufige Merkur eng in die Konstellation eingebunden ist, könnte es Missverständnisse in eurem Netzwerk geben. Vielleicht ist jemand verstimmt, weil er eine Aussage falsch verstanden hat. Nehmt euch das nicht zu Herzen. Die Energie ist sehr emotional und ihr tut gut daran, alle Gefühle liebevoll anzunehmen, die sich zeigen. Alles in mir darf da sein, ist ein gutes Mantra für den Vollmond. Beruflich geht es ab Mitte des Monats wieder mit Schwung voran. Denn am 12. bzw. am 18. Januar enden die Rückläufigkeiten von Krieger Mars und Denker Merkur. Falls eure Projekte oder die Zusammenarbeit in den letzten Wochen ins Stocken geraten waren, läuft es mit der Kommunikation und Aktivität in eurer Arbeitswelt wieder runder und eure Projekte kommen voran. Denkt nur dran, dass Mars noch bis Ende des März im Stressaspekt zur Jungfrausonne steht. Es könnte etwas hektisch werden und Vorgesetzte verlieren vielleicht auch schneller die Geduld. Lasst euch nicht kirre machen, ihr könnt viel erreichen. Am 20. Januar wechselt die Sonne ins Zeichen Wassermann und beleuchtet hier für vier Wochen den Bereich Gesundheit und tägliche Arbeit. An der gleichen Stelle gibt es tags darauf den ersten Neumond des Jahres. In einer Meditation könntet ihr euch der Frage widmen, was euren Körper und Geist nähert und fördert. Weil der strenge Saturn und Liebesgöttin Venus sich zum Neumond verbinden, werden euch Reinigungs- und Detox-Behandlungen besonders leicht fallen. Verzicht ist nun einfach für euch. Mit diesem kraftvollen Neumond könnt ihr die Weichen für die kommenden zwölf Monate stellen. Seid also besonders achtsam mit euren Gedanken in dieser Zeit und geht liebevoll mit euch um. Zum Monatsende habt ihr eine schöne und energiereiche Phase. Am 22. Januar wird Ideengeber Uranus direktläufig und wirkt eine Woche vorher und nachher besonders anregend auf euch. Für Singles, die auf der Suche nach einer Partnerschaft sind, ist das eine tolle Phase und auch die Festliierten können spritzige und inspirierende Kontakte machen. Geht doch mal einen ungewohnten Weg zum Einkaufen oder ins Büro. Es könnte sich lohnen. Zum Monatsende wechselt Liebesgöttin Venus in euer Partnerhaus und bringt euch in harmonische und fantasievolle Stimmung. Verbringt Zeit mit den Lieblingsmenschen oder macht es euch zu Hause mit einer neuen Beauty-Routine richtig gemütlich. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Ascendenten. Die Planeten bevölkern im Januar den sozialen Bereich eures Horoskops und ihr dürft mit viel geselligem Austausch und auch intensiven Familienangelegenheiten rechnen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30 Prozent Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Im Januar seid ihr offenbar gleich auf allen Ebenen im Austausch. Familienangelegenheiten scheinen euch zum Beispiel zu beschäftigen, etwa weil ihr über Weihnachten die Familie besucht habt und noch ein bisschen länger bleibt oder umgekehrt noch viel Besuch bei euch ist. In der Liebe gibt es gleich ein Highlight vom 3. bis zum 26. Januar und nicht nur Liebeslust, sondern auch Reisen und ein Hauch von Abenteuer liegen in der Luft. So könnt ihr euch zusammen mit eurem Schatz beim Wintersport aufwärmen und anschließend wunderbar kuscheln. Und die Singles unter euch kommen einem potenziellen Liebespartner näher. Deshalb geht trotz Winterwetter vor die Tür oder unternehmt einen kleinen Trip. Der rückläufige Merkur kann euch bis zum 18. Januar noch den einen oder anderen Plan durchkreuzen, aber wenn ihr euch genug Zeit nehmt und alles gut absprecht, könnt ihr das ausgleichen. In der Familie kommen vielleicht Themen aus der Vergangenheit nochmal auf den Tisch und zwar besonders rund um den Vollmond am 7. Januar und dann auch nochmal um den 18. Januar herum. Es kann darum gehen, ob sich jemand zurückgesetzt gefühlt hat. Vielleicht geht es auch um Erbschaftsfragen oder darum, ob ihr in den vergangenen beiden Jahren zu viel gearbeitet habt und zu wenig Zeit für die Familie hattet. Es ist wahrscheinlich eine gute Zeit, um darüber zu reflektieren und sich zu erinnern. Falls ihr jedoch etwas für euer Zuhause anschaffen, umziehen oder mit der Familie etwas Neues beginnen wollt, wartet damit am besten bis nach dem Neumond am 21. Januar. Spannend für euch ist der neue Transit von Lilith, der am 8. Januar beginnt. Die wilde Göttin aktiviert dann euren Freundschaftsbereich und in den kommenden neun Monaten werden euch wahrscheinlich interessante Menschen begegnen, häufig Frauen, die ihr als anregend empfindet. Vielleicht, weil sie ihr Leben aufregend anders gestalten, vielleicht, weil sie sich politisch oder sozial engagieren. Daraus können auch tolle neue Freundschaften werden. Und eure bestehenden Freundinnen werden euch ermutigen, euch mehr einzubringen und gemeinsam vielleicht auch gesellschaftlich zu engagieren. Beruflich fängt das Jahr noch ruhig an. Falls ihr Winterurlaub macht, verpasst ihr erstmal nichts. Am meisten Fortschritte machen wahrscheinlich die Selbstständigen und die Kreativen unter euch. Aber im Laufe des Monats kommt immer mehr Zug hinein und die Dinge gehen voran, wenn der Mars am 12. Januar wieder direktläufig wird und dann am 18. auch der Merkur. Deshalb legt wichtige Vorhaben am besten auf die Zeit danach. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann, gefolgt vom Neumond am 21. Januar und dann kann es, wenn ihr wollt, mit Volldampf vorausgehen. Als Themen für die Neumond-Meditation bieten sich Kreativität und Herzensprojekte an. Denkt darüber nach, welche besonderen Vorhaben ihr im neuen Jahr manifestieren wollt und die sollten wirklich von Herzen kommen. Sei es ein neues Hobby oder schickes Sportprogramm zu beginnen, mehr Zeit für die Kinder zu haben, einen kreativen Herzenswunsch zu verwirklichen oder endlich eine tolle Affäre anzufangen. Vielleicht könnt ihr noch im Januar den Grundstein legen, denn die Aspekte regen euch bis zum Monatsende an, direkt loszulegen. Sogar finanzielle Sorgen, die sich zu Neumond zeigen können, sind dann vergessen. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Wenn ihr dafür offen seid, könnt ihr einen sehr geselligen und prickelnden Start ins neue Jahr erleben und in eurem Rot-Skop gibt es spannende Neuigkeiten. Das und mehr schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30 Prozent Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Zum Start ins neue Jahr prickeln eure Sterne wie Champagner. Hoffentlich habt ihr jemanden zum Anstoßen. Ich denke schon, dass einige von euch gerade einen neuen Flirt am Laufen haben. Eure festen und familiären Beziehungen bekommen im Laufe des Januars gute Impulse für gemeinsame Vorhaben, auch wenn der Start in den Monat vielleicht noch ein bisschen Verhalten ausfällt. Beruflich könnt ihr direkt durchstarten, denn Glücksplanet Jupiter steht günstig für euren Job. Wenn ihr fest angestellt seid, sieht es nach Anerkennung für eure Leistung aus. Aber Achtung, lasst euch alle Zusagen schriftlich geben, damit niemand einen Rückzieher machen kann, vor allem bis zum 18. Januar, solange Merkur rückläufig ist. Am 7. Januar ist Vollmond im sensiblen Krebs und die Konstellation regt eure Fantasie und euer Fernweh an. Glücklich die Skorpione, die im Winterurlaub sind. Da könnt ihr die Energie des Vollmonds direkt anzapfen und euch davon inspirieren lassen. Und wer jemanden zum Lieben hat, findet originelle Worte für heißes Liebesgeflüster. Achtet nur darauf, dass der Vollmond die Menschen sehr empfindlich macht und auch Missverständnisse in der Luft liegen. Das solltet ihr dann nicht persönlich nehmen. Direkt nach dem Vollmond beginnt der Transit der wilden Göttin Lilith durch den Löwen und das ist für euch sehr wichtig. Wahrscheinlich werdet ihr in den kommenden neun Monaten intensiver über eure wahre Berufung nachdenken. Zum Beispiel darüber, ob ihr wirklich zu dem steht, was ihr tut. Es kann auch heißen, dass ihr problematische Situationen mit Kolleginnen oder einer Chefin erlebt. Oder ihr werdet selbst angezweifelt, wenn ihr weiblich und Chefin seid und müsst lernen, euch zu behaupten. Das ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, in der ihr viel über euch selbst und eure wilden inneren Anteile lernen könnt und zwar im Zusammenhang mit eurer beruflichen und gesellschaftlichen Position. Am 12. Januar wird der Mars wieder direktläufig und am 18. auch der Merkur. Beides wird sich günstig für die Kommunikation in euren festen Beziehungen auswirken. Falls ihr in den vergangenen Wochen Auseinandersetzungen ums Geld hattet oder ob ihr euch etwas Bestimmtes anschaffen solltet oder nicht, dürfte es da spätestens ab dem 19. Januar wieder vorangehen und ihr könnt euch einigen und gemeinsame Projekte in Angriff nehmen. Bei den Singles können in der Zeit vom 9. bis 15. Januar Lust und Frust dicht beieinander liegen. Ein toller neuer Flirt könnte sich als Strohfeuer erweisen. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann, gefolgt vom Neumond und dadurch wird bei euch in den kommenden vier Wochen der Bereich Heim und Familie aktiviert. Themen für die Neumond-Meditation könnten zum Beispiel sein, wo fühle ich mich zu Hause? Was hilft mir, meine Wurzeln zu stärken? Für manche von euch kann es auch darum gehen, worauf sie verzichten können, um finanziell besser über den Winter zu kommen. Und schon kurz danach sieht es nach finanziellem Glück oder einem Bonus im Job aus. Wer Liebeskummer hat, kann sich auf den 27. Januar freuen. Dann geht die Venus in die Fische und bringt euch für die kommenden drei Wochen ein Liebeshighlight. Dann läuft es auch wieder mit dem Flirten und Anbandeln. Und die Festliierten dürfen sich auf innige und lustvolle Momente zu zweit freuen. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Mit viel feuriger und leidenschaftlicher Energie startet ihr in das neue Jahr. Doch bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30% Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Euer Herrscherplanet Jupiter steht zu Beginn des neuen Jahres im Zeichen Widder in einem tollen unterstützenden Aspekt für eure kreativen Prozesse und zwar noch bis Mitte Mai. Herzensprojekte gehen euch in der Zeit besonders leicht von der Hand. Falls ihr Kinder haben solltet, können die euch viel Freude bereiten. Euer Energielevel ist hoch und eure Zuversicht gestärkt. Das hilft euch dabei, besser mit Herausforderungen in anderen Lebensbereichen umzugehen. Ein weiterer positiver Aspekt, der euch bis in den Herbst des Jahres begleiten wird, ist der Transit der wilden Göttin Lilith ab dem 8. Januar durch das Zeichen Löwe. Von hier aus gibt es viel Feuerenergie, die euch hilft, Pläne zu schmieden und die Weichen für eure Zukunft zu stellen. Lilith wird euch mit eurer Urkraft verbinden. Reisen in ferne Länder und die Beschäftigung mit fremden Kulturen bilden dann die Brücke zu euch selbst. Folgt eurer Intuition und wenn eure Leidenschaft für ein Thema oder einen Ort entflammt ist, ist das ein Weg, den ihr gehen solltet. Das rückläufige Duo Kämpfer Mars und Denker Merkur könnte euch noch bis zum 18. Januar ziemlich unter Spannung setzen, vor allem wenn es um eure Partnerschaften und eure Wertvorstellungen geht. Vielleicht seid ihr euch uneinig darüber, über eine gemeinsame Investition oder Anschaffungen. Falls es zu hitzig werden sollte, kann ich euch die 90-Sekunden-Regel ans Herz legen, um ruhiger und verständnisvoller zu argumentieren. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der erste Vollmond des Jahres findet am 7. Januar im sensiblen Zeichen Krebs statt und die Sterne raten, Problemgespräche möglichst zu vermeiden. Versucht besonders umsichtig zu kommunizieren, denn die Energie ist sehr emotional und es ist nicht der beste Zeitpunkt für Grundsatzdiskussionen. Achtet auf eure Emotionen und seid liebevoll mit euch und eurem Umfeld. Auch bei finanziellen Themen wäre es gut, vorsichtig zu sein. Anschaffungen und Verträge solltet ihr nicht vor dem 19. Januar unterschreiben. Wenn die Sonne am 20. Januar in das Zeichen Wassermann wechselt, fühlt es sich so an, als könntet ihr endlich wieder durchatmen. Die Rückläufigkeiten sind dann vorbei, die Energie wird leichter und es kommt wieder Schwung auf. Und für die nächsten vier Wochen rücken die Bereiche Lernen, Wissen und Kommunikation in den Vordergrund. Vielleicht besucht ihr eine Weiterbildung oder habt mehr Spaß daran, euch auszutauschen. Beruflich kann euch das natürlich auch helfen, zum Beispiel bei Verhandlungen oder wenn ihr was Wichtiges Schriftliches zu erledigen habt. Für Singles ergibt sich nun eine sehr schöne Phase zum Flirten. Euer Charme sprüht mit jedem eurer Worte. Festliierte können mit ihrem Schatz gemeinsam einen Kurs besuchen, vielleicht um eine Sprache für den Sommerurlaub zu lernen. Der erste Neumond des Jahres findet am 21. Januar statt und es ist der ideale Zeitpunkt, um den Samen für die kommenden zwölf Monate zu legen. Uranus wechselt am nächsten Tag nach sechs Monaten auch in die Direktläufigkeit und die Energie unterstützt euch besonders im Bereich der beruflichen Projekte. Falls ihr eine Neumond- Meditation durchführen wollt, könnt ihr euch super mit der Frage beschäftigen, wo ihr gerne euren Wissensschatz noch vergrößern möchtet. Zum Monatsende habt ihr beruflich auch super Tendenzen und die Arbeit geht euch einfach und mit viel Freude von der Hand. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Wie eure Sterne stehen und wann die besten Tage zum Feiern sind, das erfahrt ihr gleich hier. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30 Prozent Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Zum Start ins Jahr schenkt euch die Sonne im Steinbock gute Vitalkräfte. Auch Denkplanet Merkur stärkt euch, nur ist er halt bis zum 18. Januar noch rückläufig. Deswegen, wenn ihr zum Geburtstag einladet, passt auf, dass alle ihre Einladungen auch erhalten und es keine Missverständnisse gibt. Auch der Mars ist ja noch rückläufig und das bei euch im Berufshaus. Deshalb funktionieren im Job die Projekte am besten, die schon gut eingespielt und nicht zu kompliziert sind. Gesundheitlich könnten einige von euch noch schwächeln. Für manche Alltags- und Arbeitsroutinen müsst ihr euch regelrecht aufraffen, aber die Disziplin dafür bringt ihr mit. Finanziell steht die Venus in der ersten Monatshälfte günstig, falls ihr etwas umtauschen oder zurückgeben wollt. Neue Vereinbarungen oder Anschaffungen solltet ihr aber am besten erst nach dem 18. Januar tätigen. Der Vollmond im Krebs am 7. Januar aktiviert bei euch die Beziehungsachse. Gut möglich, dass euer Schatz oder Flirt in diesen Tagen sehr empfindlich ist und jedes Wort auf die Goldwaage legt oder euch missversteht. Seid verständnisvoll, das liegt einfach in der Luft und ist bestimmt nicht persönlich gemeint. Vielleicht fühlt ihr euch aber auch selbst angezweifelt. Möglich ist auch, dass ihr euch um ein bedürftiges Familienmitglied kümmern müsst. Versucht die Tage um den Vollmond möglichst entspannt anzugehen und nicht zu viel Erwartungsdruck aufzubauen. Direkt nach dem Vollmond beginnt der neue Transit von Lilith durch den Löwen. Die wilde Göttin testet dann eure verbindlichen Beziehungen. Seid ihr fair miteinander? Habt ihr eine Partnerschaft auf Augenhöhe? Wie viel Freiraum braucht jeder für sich? Diese Themen werden euch in den kommenden neun Monaten immer wieder beschäftigen. Gute Sterne für eine Geburtstagsparty habt ihr an dem Wochenende vom 13. und 14. Januar. Und das sage ich nicht nur deswegen, weil ich da selbst Geburtstag habe, sondern da steht die Mondin in der Waage. Das ist immer schön für gesellige Anlässe. Grund zum Feiern ist auch, dass der Mars ab dem 12. Januar wieder direkt läuft. Dann kommen auch störrische Projekte im Job wieder in Gang. Und wer von euch gekränkelt hat, sollte sich auch bald erholen. Noch besser wird es ab dem 18. Januar, dann wird auch Merkur wieder direktläufig. Bis zum Ende des Monats habt ihr dann innovative Ideen, sowohl für die Freizeitgestaltung als auch beruflich. Und einige davon lassen sich wahrscheinlich direkt umsetzen. Vom 18. bis 26. Januar könnte allerdings das Geld etwas knapp sein. Also gebt nicht zu viel für euer Vergnügen aus. Wahrscheinlich müsst ihr Prioritäten setzen, was zuerst bezahlt werden muss. Am 20. Januar um 9.29 verlässt die Sonne euer Zeichen und geht in den Wassermann. Tags darauf haben wir dort den Neumond und beides aktiviert für die kommenden vier Wochen euer Geldhaus. Als Themen für die Neumond-Meditation bieten sich Fragen an wie, wie wichtig ist mir materieller Reichtum? Bin ich bereit, auf etwas zu verzichten, um mich finanziell unabhängiger zu machen? Und vielleicht auch, wie kann ich meine Ideen zu Geld machen? Denn gute Ideen habt ihr viele und die könnt ihr auch gleich in eure Arbeit einfließen lassen. Ab dem 27. Januar schenkt euch die Venus bis Mitte Februar eine zärtliche und fantasievolle Zeit in der Liebe. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Ein wichtiger Neumond und noch mehr spannende Konstellationen erwarten euch. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30% Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen, das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Für euch wäre ein gemütlicher Start ins neue Jahr am besten. Nach Hektik und Betriebsamkeit ist euch nämlich gar nicht zumute. Wenn ihr gleich am 2. Januar wieder im Job loslegen müsst, schiebt am besten Dienst nach Vorschrift und lasst es ein bisschen ruhig angehen. Was jedoch gut funktioniert, ist geistige Arbeit. Ihr habt tolle Ideen. Wenn ihr mit Text, Sprache und Lernen arbeitet, seid ihr voll inspiriert. Weil aber der Merkur noch bis zum 18. Januar rückläufig ist, lasst die Ideen erst mal sacken, bevor ihr sie anderen präsentiert. Wenn ihr noch Urlaub habt, überkommt euch vielleicht die Lust, in eurem Heim etwas zu werkeln oder zu verschönern. Zum Beispiel ein Hausaltar einrichten, falls noch nicht geschehen. Oder ihr richtet euch eine schicke neue Technik für euer Heim oder euer Homeoffice ein. Nur neu kaufen dürft ihr sie nicht, solange der Merkur noch rückläufig ist. Wenn ihr spirituell arbeitet, habt ihr wahrscheinlich einen guten Draht zur geistigen Welt. Vielleicht steht auch überraschender Besuch vor der Tür. Und das kann auch daran liegen, dass Liebesgöttin Venus euer Wassermannzeichen vom 3. bis zum 27. Januar mit ihrer Anwesenheit beglückt. Das lässt euren Charme aufblühen und die Menschen suchen eure Nähe. Wahrscheinlich laden eure Steinbockfreunde euch zum Geburtstag ein. Dann geht unbedingt hin. Für Singles ist das auch eine gute Gelegenheit, jemanden kennenzulernen. Ihr könnt aber auch etwas für eure Selbstliebe tun mit der Venus und euch ein bisschen verwöhnen oder verwöhnen lassen. Aber achtet dabei auf euer Geld. In der zweiten Monatshälfte könnte es einen vorübergehenden Engpass geben. Der Vollmond im Krebs am 7. Januar aktiviert eure Heilerachse und eignet sich sehr gut für eine Vollmond-Meditation zum Thema Heilung durch Gedankenkraft. Das ist ja ein Bereich, der euch interessiert. Tags darauf beginnt die wilde Göttin Lilith ihre Reise durch euer Partnerhaus im Löwen und das ist super wichtig. In den kommenden neun Monaten wird sie euch Begegnungen schenken, die euch in Kontakt mit tiefen und urigen Gefühlen bringen und euer sonst so kühles Luftelement ordentlich aufheizen. Stellt euch auf fesselnde Erfahrungen in der Partnerschaft ein, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Bis April spüren das zunächst besonders die Geborenen der ersten Dekade, also die Januar-Wassermänner. Jetzt im Januar kommt ihr nach dem Vollmond so langsam in Schwung. Um die Monatsmitte herum kann euch kaum noch etwas bremsen. Am 12. Januar wird der Mars direktläufig und am 18. dann auch der Merkur. Mars entfaltet viel Kraft im kreativen Bereich eures Horoskops. Das gibt Power bei der Freizeitgestaltung oder beim Sport. Außerdem machen euch die Liebesplaneten auch sehr lustvoll. Nehmt euch deshalb Zeit für die Liebe. Auch mit neuen Flirts kann es recht schnell zur Sache gehen, meinen Venus und Mars. Die Sonne betritt euer Wassermannzeichen dieses Jahr am 20. Januar um 9.29 Uhr und tags darauf haben wir gleich einen für euch super wichtigen Neumond. Beides aktiviert eure Vitalität und Lebensfreude. Nun können eure Ideen das Licht der Welt erblicken und für die Neumond-Meditation seid ihr bestimmt enorm inspiriert. Ihr könnt über euer neues Lebensjahr nachdenken, über eure Wünsche und welche Herzensprojekte ihr manifestieren wollt. Ihr könnt sogar bis Monatsende schon erste Erfolgserlebnisse haben. Am 27. Januar zieht die Venus weiter in die Fische und aktiviert für drei Wochen euer Geldhaus. Dann entspannt sich die finanzielle Lage wieder. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. In eurem Freundeskreis oder Bekanntenkreis ist gleich im Januar viel los. Das und eure weiteren Themen schauen wir uns gleich an. Doch vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels schenke ich euch nochmal 30 Prozent Neujahrsrabatt auf die persönliche Jahresvorschau als PDF. Also falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar. In eurer schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Tendenzen der nächsten zwölf Monate für die Liebe und für den Beruf, sondern auch eure persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Zu Beginn des neuen Jahres ist Kommunikationsplanet Merkur noch rückläufig, ebenso unser innerer Krieger Mars. Und das könnte Unruhe und Missverständnisse in euren Familien und eurem sozialen Umfeld bringen. Es ist gut möglich, dass ihr als Vermittler in familiären Konflikten oder eurem Bekanntenkreis gefragt seid. Auch wenn ihr mit eurer feinfühligen und verständnisvollen Natur die Standpunkte von verschiedenen Seiten gut nachvollziehen könnt, dann müsst ihr doch auch auf euch selbst achten. Lasst euch nicht als Stoßdämpfer verwenden und emotional aufreiben. Schützt euch selbst und eure Grenzen, auch wenn es euch manchmal schwerfällt, nicht um des lieben Friedenswillen nachzugeben. Das kommende Jahr wird eine tolle Gelegenheit, um zu lernen, für euch selbst und eure Werte einzustehen. Der Vollmond im warmherzigen Zeichen Krebs am 7. Januar bildet harmonische und unterstützende Aspekte für euch und fördert eure Kreativität und Herzensfreude. Bringt am besten viel Zeit zu mit Menschen, die euch glücklich machen und gönnt eurer Seele etwas Schönes. Ein Freundinnen-Wellness-Tag oder eine Veranstaltung, die eure fantasievolle Seite nähert, würden euch guttun. Beruflich ist spannend, dass die wilde Göttin Lilith am 8. Januar euer Berufs- und Gesundheitshaus betritt. Hier wird sie euch bis Oktober im Arbeitsbereich mit interessanten Frauen in Verbindung bringen, die euch inspirieren und von denen ihr wahrscheinlich viel lernen könnt. Und ihr selbst wünscht euch mehr Freiraum für euren eigenen Arbeitsstil. Was eure Finanzen angeht, so lasst euch im Januar lieber nicht zu Spekulationen hinreißen. Ihr könntet ein Risiko bei Finanzanlagen falsch einschätzen. Hier wäre der Tipp der Sterne, euch aktuell lieber zurückzuhalten und zum Beispiel auch auf Spontankäufe zu verzichten. Überlegt erstmal in Ruhe. Im Februar habt ihr ein viel besseres Händchen für die richtigen Finanzentscheidungen. Am 12. Januar wird dann Krieger Mars wieder direktläufig und am 18. folgt auch Denker Merkur. Und für euch wird es sich so anfühlen, als schwimmt ihr endlich wieder im Strom eures Lebens. Ihr seid wieder mehr ihr selbst und vielleicht löst sich die eine oder andere Krise ganz von allein auf. Am 20. Januar wechselt die Sonne ins Zeichen Wassermann und hier haben wir einen Tag später auch den ersten Neumond des Jahres. Beides aktiviert dann für vier Wochen euren Lebensbereich der Spiritualität und der Romantik. Liebesgöttin Venus verbindet sich mit Meisterplanet Saturn ebenfalls im Zeichen Wassermann und das könnte euer Bedürfnis nach Innenschau, Ruhe und Rückzug fördern. Die spirituelle, überpersönliche Form der Liebe verstärkt euren Wunsch nach Humanität und Frieden auf Erden. In einer Neumond-Meditation könnt ihr euch wunderbar mit eurem Herrscher Neptun verbinden, um Liebe, Frieden und Harmonie für alle Menschen zu visualisieren. Ideenstifter Uranus hilft euch mit neuen Ideen und Geistesblitzen. Rund um den Neumond ist seine Energie nämlich besonders stark. Zum Monatsende habt ihr wunderschöne romantische Tendenzen, denn die Liebesgöttin Venus betritt am 27. Januar euer Zeichen und schenkt euch für drei Wochen eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Falls ihr Single seid, wird es euch überhaupt nicht schwerfallen, einen Flirt um den Finger zu wickeln. Und auch für die Festliierten ist es eine fantasievolle, zauberhafte Zeit. Unabhängig von eurem Beziehungsstatus solltet ihr euch auch eurer Eigenliebe widmen. Mit diesen Konstellationen könnt ihr euch wunderbar in euch selbst verlieben. Das waren eure Tendenzen im Januar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Zum Schluss kommt hier wie immer mein Service-Teil mit den Tipps und Terminen und der Verlosung. Ergänzend zu eurem Sternzeichen-Video empfehle ich euch meine Produkte auf der Basis eures individuellen Geburtsdatums. Denn ein Horoskop ist ja noch so viel mehr als nur das Sternzeichen. Ihr könnt euch ein schriftliches Horoskop als PDF aussuchen, da erfahrt ihr auf 20 bis 30 Seiten, wie die Planeten ganz individuell für euch stehen oder auch welche Zukunftsthemen sie bereithalten. Ihr könnt aber auch mit mir persönlich über euer Horoskop sprechen und eine Beratung buchen. Plant dafür aber bitte ein paar Wochen Wartezeit ein. Mit mir chatten könnt ihr immer und zwar im Livestream. Da sind wir mittlerweile eine schöne Community, die da immer aus allen Teilen der Welt zusammenkommt. Ich lade euch herzlich ein, während der Raunächte nochmal dabei zu sein. Wir treffen uns am 29. Dezember um 21 Uhr und es gibt auch ein Gewinnspiel. Da könnt ihr eine schriftliche Jahresvorschau oder ein Geburtshoroskop als PDF gewinnen. Und dazu meldet euch bitte vorher über meine Homepage an. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Empfehlen möchte ich euch auch eine schöne Podcast-Folge, in der ich zu Gast war, nämlich beim 1Live-Podcast Dumm gefragt. Zusammen mit meinem Kollegen Daniel Kasper habe ich mich den Fragen von Moderator Fritz Schäfer gestellt und die waren gar nicht so dumm. Das war ein richtig tolles Gespräch über Astrologie mit viel Tiefe, aber auch sehr lustig. Ich verlinke euch den Podcast unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Hört doch mal rein. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Gewinnen könnt ihr wie versprochen eine persönliche Marsanalyse. Jetzt, wo der Mars wieder vorwärts geht, lohnt es sich herauszufinden, welche Aspekte er zu eurem persönlichen Horoskop bildet. Kommt schriftlich als PDF 20 bis 30 Seiten mit den Marstransiten der nächsten 7 Monate. Außerdem findet ihr darin auch die Übung zur 90-Sekunden-Regel. Und so nehmt ihr teil, abonniert meinen Kanal und ganz wichtig, aktiviert auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen. Ich freue mich auch sehr über einen netten und konstruktiven Kommentar. Wie ergeht es euch mit den Sternen? Treffen meine Vorhersagen für euch zu? Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch zum Schluss noch das Video mit dem Jahreshoroskop für die 12 Sternzeichen und den Ausblick mit den Tendenzen für 2023. Alles Gute mit den Sternen und habt einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.